Sorry Leute, mein Spiel ist eben kurz hängen geblieben Ich muss noch mal den letzten Speicher retten holen laden Da vorne kommt wieder so ein gepanzerter Typ Da hängt das Spiel an eben Na komm her So Ok, hier vorne gibt's noch mal ein paar Pfeile Bisschen Munition Sehr schön Ja, mit der Schotwinder macht's auch Bock mit der zu schießen Aber das Problem ist, ähm Die steilt ein bisschen, ähm Nicht so, ne weiter Schuss, äh ich weiter Ok Flera Alles ok Oh oh Los, alle Findet die Auserwählte Die gehört mir Ich hab auf dich gewacht Soll ich meine Strecke verschärfen Lol Lol, man kann den ganzen Stift nur Was…. Das war schon Ich hab bei dir Ich hab bei dir Was, was ich nicht Oh… Oh… Leute, wie sollen wir den denn töten können da oben mit dem Mg? Fail. Kann man gar nicht sterben da oben. Okay, man muss auf jeden Fall zu dem komischen Seil da oben. Na, warte. Oh, wenn der die ganze Zeit mit dem Maschinengewehr da schießt, dann kommt man nicht da drüber. Los, alle! Findet die Auserwählte! Die gehören mir! Ich hab auf dich geraten! Ich wollte meine Tränen! Ich würde dich gleich machen. Ah, okay, ich hab mir den. Den kann ich nicht mehr. Ja, ich hab mir den. Komm da raus! Oh, ja, ich hab mir den. Let's do it in the run. Trücken sie mittleren Monsters, um zu feiern. ähm ok lol das war's mit dem versteckspiel warte mal kurz egal was ist das denn so ein nächster zivisier und ein fähigkeitspunkt ein granat wer wirst das munition mitnehmen Loll 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 Ich liebe euch alle Ich liebe euch Fahre Loll 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 Das ist cool und geil, ein Knut-Nut-Webbruch. Angriff! Angriff! Oh die scheiße Klamaten und die gehen mir voll auf den Sack Der scheiße Ding ist ja scheinbar wieder umblende toll Ah jetzt, ich vermisch den ein Ich glaub der ist tot Und wieder hoch Nachladen Funktion graben So Solari-Festung, neues Lager Drei Teile für die Show-Filme gefunden Quick Ohohoho Mein Name ist er... Naja 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 Okay Naja 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 Oh ja, da gibt's noch mehr Muni Naja 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 Was ist das? 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 Ich habe keine Grenade geschossen. Hört auf zu schießen die Opfer. Legt euch nicht mit Lara Croft an. Woh! Oh! Oh, was ist das? Das war's. Das war's. Was ist das? Was ist das? Lord, ich sehe den gar nicht hinein OMG Ach, da unten ist das Was ist das? Ah, da oben ist noch einer. Den hab ich eben gar nicht gesehen. LOL Ah, jetzt hab ich ihn gesehen, da oben ist der Kumpel. Verweckt alle, ihr Bastard. Ah, da oben ist los. Jetzt hab ich schon mal schnell den Imp zu diesem kleinen Lager. Oh, Lager, oder? Kann das nochmal Munizier noch laden? Was ist das, du Basser? Komm her! Ja! Oh, nachladen! Nachladen. Schnell weiter. Komm schnell laden. Müssen die anderen finden. Komm schon. Sie ist da unten. Oh, oh, scheiße. Nicht gut. Oh, schon wieder so'n fettes MG. Oh, oh, oh. Autsch, da hast du wehgetangen. Feuer! Geh! Smell or up. Aber wir können hier vorne hochstehen. Oh! Jongst du, dann geht's das. Oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Er ist weg, der! Der, diesen von den K turns auf! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, okay! Nein, nehmen wir so eine Side-Load-Ship. Ja, schade, schass das Lerner, schnell! Boah, geil. So muss das sein. Good job. So, wir schalten jetzt auf unsere MG aus. Feuer, Feuer! 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 Feuer!